schließen Ich schließe die Tür. Kannst du bitte das Fenster schließen? abschließen Ich habe mein Studium abgeschlossen. abschließen Hast du den Vertrag abgeschlossen? abschließen Hast du den Vertrag abgeschlossen? abschließen Schließe bitte die Tür ab, wenn du fertig bist. abschließen Abschließen Schließe bitte die Tür ab, wenn du fertig bist. abschließen Ich schließe mein Zimmer ab. abschließen 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 Ich habe mein Fahrrad an der Säule angeschlossen. abschließen Abschließen. Ich habe mein Fahrrad an der Säule angeschlossen. Zu schließen. Ich denke, dass wir lieber ein bisschen früher zum Restaurant gehen sollen. Zu schließen. Ich denke, dass wir lieber ein bisschen früher zum Restaurant gehen sollen. Zu schließen. Ich schließe mich an. Zu schließen. Ich schließe mich an. Zusammenschließen. Du kannst die zwei Fahrräder mit derselben Kette zusammenschließen. Zusammenschließen. Du kannst die zwei Fahrräder mit derselben Kette zusammenschließen. Verschließen. Verschließen. Ich habe die Flasche mit einem Deckel verschlossen. Verschließen. Verschließen. Ich habe die Flasche mit einem Deckel verschlossen. Verschließen. Verschließen. Das Mädchen ist verschlossen. Sie redet kaum mit ihren Mitschülern. Verschließen. Das Mädchen ist verschlossen. Sie redet kaum mit ihren Mitschülern. Einschließen. 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 Das Kind war sauer und hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Einschließen. 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 Ich schließe meine wichtigen Unterlagen in einer Schublade ein. Einschließen. Ich schließe meine wichtigen Unterlagen in einer Schublade ein. Ausschließen. 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 Ich habe mich ausgeschlossen. Ausschließen. Ich habe mich ausgeschlossen. Ausschließen Ich habe das Gefühl, dass sie mich aus der Gruppe ausschließen wollen. Ausschließen Ich habe das Gefühl, dass sie mich aus der Gruppe ausschließen wollen. Ich habe das Gefühl, dass sie mich aus der Gruppe ausschließen. Ich habe das Gefühl, dass sie mich aus der Gruppe ausschließen. Ich habe das Gefühl, dass sie mich aus der Gruppe ausschließen.